mein aktiven freunde und herzlich willkommen heute wieder zu dem röntgen was glaubt ihr was glaubt ihr zu einer runde call of duty ghost in all der frische und wie ihr sehen könnt ist die melone mit dabei solution sag einmal hallo was geht ab freunde und wir haben auch wieder bock ein bisschen ghost zu zocken wir zocken team das mensch haben auch gerade schon ein video für solution aufgenommen link dazu ganz oben in der beschreibung gerne aus checken und ja wir zocken drei vier röntgen mal gucken team das match und ich schneide da so ein kleines best oft raus könnte man eigentlich auch in jeglichem anderen cod machen so 456 runden zocken und darauf nur die lustigsten und rage mäßigsten 10 rausschneiden und ja wenn ihr euch das ganze gefallen habt geht aktiv ein pimmel nach oben also ich würde sagen zwei millionen likes sollten wir easy auf meinen nacken schaffen ja ich habe auf jeden fall bock auch wenn die lobby sehr verkämmt sind wir ja bist und ich würde sagen let's go so freunde wir join rein team das match strike zone mal schauen was das für eine lobby ist also wie gesagt vergesst nicht extrem viel gekämmt in cod ist einfach mal so beziehungsweise in ghosts thermal der hund es gibt so viele nervige faktoren aber was da geil ist du kannst heftig sautouren und der spezibonus ist bombe egal ich werde jetzt hier ja komm ich direkt mal ja morgen und es wird scheiß drauf schnellster campstrike immer sagst du ja mal ich mache noch etwas ja wahrscheinlich geht es los jetzt geht es so erst okay und direkt tot ja man kennt ihn alter wie er da hängt alter ich habe schon aufgehört zu schießen da kommen wir das wollte alle ich finde das spiel läuft auch manchmal von unruhe also ruckelig alter guck mal das ist so das ist so richtig minus vielleicht könnt ihr es noch vom letzten video die leute ja ja die leute kämpfen immer hier in einer bude drin wir sind alle hier im haus drin denn die wahrscheinlich wie viele kids hast du denn zwei guck mal so eine scheiße hier hey mann ohne scheiß digga was soll ich noch machen die runde ist gleich zu ende bist du etwa vom ims gestorben ich krieg um die ecke der nasenblut und dann kommt die MS aber die ak logisch jungs mit der waffe mache ich sie noch mit der waffe das ist noch einer guck mal das gibt es doch nicht digga oh die ripper müsste ich auch mal wieder runterladen die ist nämlich heftigst oh wer redet denn da guck mal der sitzt da immer noch ey du stück scheiße oh mann die waffe ist geil rein in olga ja auf jeden Fall rein schlagen in die olga ja ja fisten wir fisten die olga auf trocken ins popöchen ja ich hab ne satcon bin ich jetzt ein guter teammate da ist richtig action pass auf da ist einer ja einen hab ich da ist noch einer hast du hier hab ich mir gegönnt ja gehst du dir gönn da mach ich auch kein auge ey wie kann der mich denn jetzt töten das will ich sehen das will ich jetzt sehen digga wahrscheinlich um die ecke getötet äh gekillt ne ich stehe hier 10 zu 8 ey ich wollte noch Stich geben Stiche verteilen in der Hood nicht bekommen ja wahrscheinlich stirbt er nicht ey ja wenigstens haben wir die Runde hier noch gewonnen digga ich würd sagen neue Runde neues Glück das war ne krampfhafte Lobby ich hoffe die nächsten Lobbys werden etwas entspannter Runde neue Runde neues Glück was spielen wir hier spielen wir die AK spielt sie oder die Remington Streaks ich sag die Remington Streaks let's go kurz synchronisieren 4 3 2 1 let's go so bim 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 Was meint ihr? Ja Da ist noch hinten einer Da ist einer Oben ist auch noch einer Sniper Mann ey Ja moin wo lauf ich hin Kann ja zwei Waffen haben Klar kannst du zwei Waffen haben Achso korrekt, einfach aufsammel Ey mann Du Stück Scheiße Die Leute müssen wir dir nehmen Oben ist einer drinnen In dem Haus der ganzen Sniper Danny Ja ich habe keine neue Waffe aufgesagt Der vertraue ich ja gar nicht Ey mann guckt es euch an Ja Guck mal ich kann an der Nase kratzen Das war das Zeichen dass ich tot bin Wie die Camptinger ist nicht mehr feierlich Das Lustige ist bei Danny im Video Ging es eigentlich ganz gut ab für mich Jetzt bei mir im Video Gehe ich wieder negativ Guckt euch das an Der sitzt da nur oben im Haus Als wenn seine Mutter da breitbeilig liegt Und er Nee da fällt mir nichts zu ein Irgendwo ist hier doch noch einer Ja wahrscheinlich hat er da mit 100er Prezi Och mann Digi ist das ein Krampf Ey bei Danny bin ich die ganze Zeit 2-3 Tone nur 20 Kills Auf ganz entspannt Hier geht bei mir wieder gar nichts Jetzt willst du mal Action machen Und jetzt halt belastend Ja ja wie immer halt ne Oh wo ist er Hallo Kann er hier auch mal hochklettern Guck mal was macht er da Digga Guck mal was ich mit dem mache Guck mal wo die hängen Da mach ich keinen Kill Alter Zwei Stück hängen in der Mitte da Ja Vorräte Easter Eklig Guck mal so eine 2er KD Digga Jetzt geht bei mir ab Vielleicht kriege ich ja ein Campzeug in den Vorräten Kippo Ein Hund Ja super Bei mir sterben die immer direkt Ohne dich zu rechnen natürlich Ja ja natürlich Digga Die werden direkt abgeknallt Von wo Oben oder unten Digga Oben drauf ist der oben drauf Danny Ja ich noch weg Lassen bluten Bin tot Du Wehe mein Hund stirbt jetzt direkt Sie haben das VMS zerstört Was ist mit meinem Hund Ne mein Hund macht keinen Kill Der rächt mich einfach nicht Digga Der ist schon in Rente Ruhig Bitte Wie sei mal ruhig Hey du Scheiße Wach und Wort getötet Wach und Wort getötet Halt die Fresse alter Vielleicht Digga ich sehe auch gerade wieder gar keinen Ich seh gerade keinen Ey guck mal wovon Ey guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal Ey Was hat der da gemacht Digga Oben ist keiner mehr Ne ne oben ist keiner mehr Ey so ein Bastard alter Der holt mich schon wieder mit seiner verfickten Dressgranate 19 zu 12 ey so eine scheißrunde Ja du guck mal er schießt um die Ecke Schau mal schau mal wieder der Wichser Ja 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 In meiner Perspektive sah es doch gerade ganz anders aus oder Leute Das sollte jetzt hier eigentlich gerade Spaß sein Boah wie schwer mein Gott Gleich fliegt der Controller Digga Gleich ist es soweit HELL MANN DU VERFICKTER DRECKSTEAMMATE VON SOLUTION Habe ich dir geh geklaut das Ne du hast gedrängelt Schmusekurs Digga Naja hab ich seinen scheiß Drecksköder abgeknallt Ey guck dir das mal an Ey das ist so lächerlich Hängt er da immer noch im Fenster was meint ihr Ich erschrecke mich auch immer Sobald ich den E-Game-Sound so lauter wenn die nicht weggeschalten wäre Ja ich hab den auch richtig laut Lack beiseite dort Letzten Kill gemacht noch hier aber der Score 21 zu 14 da ging nix Eine Runde probieren wir nochmal Freunde der gepflegten Unterhaltung Also No Ausreden Aber ihr könnt ja das Video bei Solution auschecken Da ließ ein Mann frei für mich Und für ihn nicht so Und jetzt ist genau umgekehrt Man kennt sie Ja man 237 läuft Ja vorhin hatte ich die guten Scores Also wenige Tore zumindestens Ja scheiß drauf Let's go neue Runde alter So Freunde wir joinen jetzt nochmal hier in Team Deathmatch Octane rein hatten wir ja eben gerade schon Ich hoffe dass die Lobby nicht mitten drin schon ist Schauen wir mal Kann man auch nicht wählerisch sein So was die Maps angeht Ich bin froh wenn man eine Lobby findet Ja das stimmt Ja das stimmt Schauen wir mal Jo hat gerade angefangen Dann gönnen wir uns noch mal die Runde Jetzt spielen wir mal mit Spezi Let's go Lobby sieht Oh die Lobby sieht gleich mal so schlecht aus Kamst du jetzt zum Abschluss Let's go Schieß du mich Ich sehe wieder gerade gar keinen Gegner direkt Noch eine Ingesocken noch lauter Ich will jetzt richtig Scheu haben Da ist einer Bleib stehen Warum ist der jetzt nicht gestorben Der ist oben Oben ok Guck mal jetzt machen wir den 31er Move Er denkt jetzt oh ja der wartet an der Treppe Aber was er nicht weiß Wo ist er jetzt Da Ja Der 31er Move hat geklappt Nice Hier ist jemand oben noch nicht Hey Ich bin tot Hey man Hallo Danke Bis ich gestorben bin Ich bin tot Ich bin tot Digga Ich bin tot Ich bin tot Digga Mann ey Halt ich mal zurück mit den Kills Direkt tot Und nochmal tot Von dem selben dreckigen Bastard Guck mal guck mal wie der es gelegt hat Digga bei mir hat es Also ich hoffe das sieht man in der Aufnahme Bei mir hat der für ein ganz kurzem Moment richtig geruckelt Der Bastard richtig frech von dem Dinos kommt gleich Ne Ich denke mal Es ist einfach sinnvoller Digga hier mit Streaks zu spielen Würde ich jetzt einfach mal sagen Ich bin dann gegeiert Na Besser als irgendwie immer auf 10er zu sterben oder so Weißt du Naja wenn du sie hier hast Dann fühlt sich das umso besser an Ja schon Und zwei Leute nehmen euch beide mit Ihr kommt her Guck mal her wenn sie vor ihm stehen können sie nichts Was machen Guck mal Digga was machen Sachen Eigentlich Du Digga du musst du die hier Oh Oh yeah Digga Schöner Abschlusscam Die wird dir auch gefallen Danny noch Ja und die wird dir auch gefallen Digga He 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 Weg jetzt kraft du dicke Fotze He 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 Ja Ja 23-6 ist dann nochmal ein würdiger Abschluss alter Und in dem Sinne würde ich einfach sagen Wiederschaut rein hallo Ich hoffe das Video hat euch gefallen Let's go Haut rein Danny sagt auch nochmal tschüss Leute Servus geht für meine Leute haut rein Ciao ciao W fascinating